Egal ob ich nun 100 Euro verschenke oder einen größeren Beitrag, ich tue ja was Gutes und ich muss auch bemüht sein, nicht nur in der heutigen Zeit wirklich Denkmale zu erhalten. Und ich bin der Meinung, dass die Stiftung Denkmalschutz hierfür prädestiniert ist. Deswegen ist unser Mandat auch gewesen, für die Jugend etwas zu tun. Ich bin sehr dankbar, dass ich durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz eine Möglichkeit habe, bei der Jugendbauhütte mitzuarbeiten und mal die Möglichkeit habe, einfach sowas wie Glasrestauratoren oder Archäologen über die Schulter schauen zu können.